Ayo Leute, hier, ich hab mir ja den Checkpoint 2, ja? Mir ist das eingefallen? Nein, ein paar Tage her oder Wochen, dass ich ein Video gedreht hab, aber wollt ihr sehen, was passiert mit Leuten, die zu viel Dragon Ball gucken, wie mich, oder sogar die Spiele im Internet spielen, wie ich? Naja, die Romburgie, man könnte sich ja ein Super Saiyan immer mal sehen, oder, man könnte Kamehameha, wie hier, Kamehameha, naja, machen wir das eigentlich so, Kamehameha! Und, naja, das sei der Typ, der eher auf Son Goku steht, oder wollt ihr den Typ sehen, der eher auf Vegeta steht, hier, 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 oder die Fusion, Super Saiyan 4 Fusion, von Vegeta und Son Goku, Gogeta, das werden sie da, Vegeta Plus, Son Goku, die Fusionieren zu, Go Gator, Super Saiyan 4, ja? Und dort können sie das Bild bei Kamehameha, das ungefähr von den Bosen zu hoch sehen, das sieht, Big Bang Kamehameha! Und jetzt, noch ein kleines Special, der Fusion Stance. Das sind Physical, der中, der possa nachvollziehen, der Ivan, für Youtube. Wenn ihr euch nicht genau so in Dragon Ball und anderen Serien so macht, dann habt ihr verloren. aber so ist das wahre Leben halt und zum Abschluss sag ich Dragon Ball Z ist für einige Leute sehr inspirierend um ihre Spiele daraus zu drehen oder so oder zu machen oder Filme aber hey es gibt da Sachen die besser sind als das naja mir fällt gerade nichts besseres ein aber hey falls euch was besseres einfällt schreibt es in die verdammten Kommentare man wenn ihr dieses nicht tut werdet ihr gehetet gemobbt und vieles mehr Achtung diese Warnhinweise sind nicht real ги bop 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 Vielen Dank.